Wappalo Soldier Dreadlock Master Ja hallo und es geht weiter mit einer weiteren Folge von Third Simulator mit Marnie und ich glaube das der Ton jetzt diesmal besser ist und ich hoffe es Schreibt mir in die Kommentare, wir haben sehr nett ob der Ton so besser ist oder nicht und ob ich noch was probieren soll, also ich ändere eh noch viel aber viel Spaß dabei so ja es hat funktioniert mit dem Sound ich glaube jetzt hat man es wenn ich, äh, will ich das sehen, nein will ich nicht und ich hoffe dass ich irgendwann endlich ok warte was hab ich das letzte mal gemacht die Herz und jetzt kommt die Nier in Transformation oh mein Gott na, muss vorher abheben oh ja 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 oh ja hallo hallo naja nicht und da machen wir eine Nier, eine doppelte Nier in Zehnung und vollständig Nier Transformation Korridor ich schon wieder im Korridor so, jetzt sieht es wieder hier und zwar, was ist das? wieso hängt das was ist da los was ist das was macht das wieso geht das nicht runter wieso hängt das da auf diesen dreck stink was ist das ich brauche jetzt einmal ich habe hier schon vergessen mein gott nein nicht wieso hängt die dazu gekrüppelt oben jetzt gibt mir einfach ein ja es geht so nicht okay erst einmal das habe ich geschafft ja 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 Oh ja, ich weiß nicht. Ja, jetzt kommt das schon. Schu-puh-puh-puh-puh-puh, ich kann nicht mehr sehen. So. Oh, 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 oh. Schere, geh weg. Schere, du musst weg. Du musst weg, doch, geh weg, da, oh, 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 oh. So. Und zwar muss ich jetzt einmal, äh... Uuahhhhhhh Uuahhhhhhh so Nein, genau hab ich keinen...oh, oh, 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 oh nee, nö, oh, nö, 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 nö hab ich keinen Laser? ne und und oh, ja nochmal kurz Schupper die Linie muss sich beiseite just Perfekt oh jetzt ist die weg Hupsi verdammt die mir irgendetwas, gib mir irgendetwas, ich brauch etwas zum schnitzeln äh, na gut oh, perfekt ich hab mir eine Spritze was ist da? ich glaub, das wäre der richtige Beruf für mich oh, es ist da oh, es ist nicht mehr da oh, das war natürlich nicht dieses, aber ja, jetzt, mann wo wie so hast du mich? ich brauche schnell was ich spritze ist auch weg, oder? Ja, oh nein, nein, wieso jetzt? Ich brauche eine Gegensprinze, ich brauche eine Gegensprinze. Da müsste es eine Auszeichnung für geben, dass man unter, glaube ich, LSD, vielleicht nicht, dass man unter LSD eine Operation durchführt. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Ah, jetzt bin ich wie besser als vorher, also. Oh, 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 oh. Nicht gut, wenn man nicht schützt, macht nichts gut. Oh, ja, da, 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 da. Ich brauche noch eine Gegen-Spritze. Ah! Ich bin nicht mehr. Oh, Entschuldigung. Ah! 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 Irgendwo eine Spitze hier... Nein. Hier? Oh, ja. Oh! Gott sei Dank. Ich muss das... Nein, nein, nein! Okay, nein, ich leg dich da... Oh, oh, da, 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 da! Nein, nein! Und zwar brauche ich... Jetzt ist es... RIP! Und... SIP! Bada! Aha! Oh, ich muss sie noch sehen... Okay. Ich muss noch zwei Minuten alles durchschnipseln! Warte! Oh, 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 oh! Doktor, wir haben sehr viel Blutverlust. Ich mir schnappe! A. 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 Oh, ich hab's geschafft! A. 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 aber Prozent die Wettbewerb die Gitarren aus hat dort dort der Spitze Prozent Prozent Das er gehört dir. So, jetzt muss ich. Nichts gut. Ah, aber ja. Ja, das... Nein, mit dem kann ich nicht irgendwie umgehen. Oh. 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 Okay. Ich sehe gar nichts. Wie immer in diese... Uh. Nein! Oh ja! Oh ja! Nein, du musst weg! Du musst weg! Ich seh' sonst nix! Es kann gefährlich werden! Ich seh' jetzt weg! Nein, ich seh' nicht! Denk sie nach oben! Ah! Spitze! 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 Ah! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Na gut! Geht's dir gut! Oh! Und jetzt nehm' ich den Magen! Oder was das auch immer ist! Ja! Sehr weit oben! Oder sehr weit unten! Ich hab' keine Ahnung! Wo fang' ich denn bitte die Füße an? Das ist das ja auch für eine Sache! Und gib' mir bitte diese! Gib' mir bitte diese Niere! Gib' mir bitte diese Niere! Gib' mir bitte diese Niere! Alla! Lala! Ja! 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 da jetzt! Lefel! 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 wieder jetzt muss ich kurz so und da die Niere weg da und die hängt noch ah nein die hängt nicht jetzt geh weg hier und ja genau da da ja inte gehm ich die 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 das die 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 mit Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh! Eh! Huh! Löffel! 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 Ich mag den kleinen Löffel und du musst rüber, rüber, ja genau, ja genau. Jetzt geh rüber, jetzt musst du, oh mein, dieses Spiel mag mich nicht. Das ist ja, hütt, die Melfinger, eins, zwei, drei, fünf, ja, das ist okay. Ah, 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 ah. Und zwar war es jetzt das Ende und es kommen demnächst zwei interessante Videos, wie ihr sehen könnt. Und ich hoffe, euch hat dieses Video mehr gefallen als das andere und hoffe, ihr schaut weiterhin zu oder abonniert mich, keine Ahnung. Schickt mir Spielvorschläge auf jeden Fall in die Kommentare. Ich brauche mehr Spiele, ich meine, ich habe zwar welche, aber sie werden schon so langweilig. Also, dann wünsche ich noch eine gute Woche, vielleicht kommt diese Woche noch ein Video rein, vielleicht auch nicht, ich weiß noch nicht. Ja, dann, habt einfach Geduld. Ciao.